So Leute, ich habe Honoko gefangen, Zymfo, das ist der erste Joker-Verbrecher, der Joker-Verbrecher halt, ja, das dritte Mal, und ja, er gibt mir jetzt Teil eines geheimes Passworts, aber Leute, ja, wartet Sie, schau mal, hm, Leute, ich sehe gerade den Teil vom Passwort, und ja, bin mir nicht sicher, ob ich eigentlich zeigen soll, weil, ich meine, ich mache eh Videos ja auch für euch und für mich, aber es wäre wirklich toll, wenn es mich abonnieren würde, weil, ihr seht eh, ich versuche mir da Mühe zu geben und so, und, ja, abonniert hat mich bisher kaum im Gleucht, wäre toll halt, weil da sehe ich, dass euch halt auch die Videos gefallen, wenn es vielleicht komisch schreibt, und, ja, und halt, ähm, liken würdet, wenn euch das Video fällt, jedenfalls den Buchstaben habe ich, also, ich habe mir gerade gemerkt, und, ja, das ist nicht bloß gemeint, aber es geht um, ihr seht es ja, ich versuche, ich meine, ich mache Videos, es kommen noch einige Videos, ähm, dabei, ich finde es schade, dass mich dabei keiner abonniert hat, und, ja, also, finde es wirklich schade halt, und, ich meine, wäre halt das zumindest, ich meine, es geht um, weil, ich habe da keinen Bock, dass da nur, ich meine, es ist eh auch toll, wenn man Videos anschaut, wäre auch toll, dass da überhaupt, weiß nicht, so Rückantwort bekommen, oder, oder, Feedbackmäßig, so wie, hey, tolles Video, oder, hey, kannst bitte Video dazu machen, bei YoCabWatch, oder, so, hey, find, die Ideen, die da macht, wegen von dem Video, ist ja schon gut, aber, vielleicht könntest das verbessern, oder sowas, oder zumindest liken, oder, ich meine, auch, falls disliken, falls euch nicht gefällt, aber schreibt auch dazu, halt, weswegen ihr halt disliken, anstatt nur disliken, weil disliken kann, sag ich mal, halt, den Schimpanzer auch, ähm, ja, aber, ja, es geht auf den Daumen halt, ich find's halt einfach wirklich schade, wenn ihr nur, äh, nur guckt, nicht mal da, weiß nicht, nicht mal Rückmeldung und so da lässt, so wie, ja, eben, wie ich schon gesagt hab, so, like und so, oder, kommentar, oder sowas halt, und deswegen, halt, ist es halt so, dass ich jetzt, äh, das nicht gezeigt hab, was das Passwort ist, aber, ja, so, okay, da, hm, okay, und da seht ihr grad, das Passwort-Teil, ja, jetzt habt ihr's sehen, aber seht ihr, Leute, es wär trotz toll, wenn ihr mir halt bitte schreiben würdet, Daniel, und wenn ihr Teile vom Passwort habt, wär auch toll, wenn ihr schreiben würdet, und, ja, danke, ciao.